Ja, also hätte ich einen lieben guten Stadionskinn und wie man es anschaut. Herzlich willkommen zur neuesten Folge, ich gegen die Leute. Okay, äh, was haben wir für Waffen um zu kämpfen? Railgun. Railgun. Ich bin so retten, da vorbeizugehen. Railgun. Ja, Railgun. Railgun. Ja. Aber lass doch den Stab machen, der ist, der ist neu, lass doch den Stab. Ja. Nee, die Leute im Publikum sind für den Stab. Und der Stab. Okay, du gehst in deine Ecke. Wo ist meine Käppi? Deal ist, deal ist. Ah! Dann hat's mich. Nee, ich muss mich wieder heilen. Ach so, hast du nehmt dich lieb, oder was? Meine Käppi hier. Ja, du hattest mich dir gegeben. Okay, äh, können wir hier spielen? Er ist bereit für den Kampf. Yeeeey. Heee, schlecht mich, er bekommt nichts. Ey! Zack, das war der Kampf. Ja, das war der Kampf, ey. Sehr einseitig, würd ich sagen, aber nicht schlecht. Ey, wir machen die Probe rein, ey. Ja, da mach. Einer! Verdient. Oh, jetzt muss ich wieder heilen. Mann. So. So, bist du vorbereitet? Ohne Schüsse. Ohne Schüsse. Ohne Schüsse. Ohne Schüsse. Ohne Schüsse. Ohne Schüsse. Wie viel Leben hast du, Ubu? 10.000. Gib uns allen Waffe und wir kämpfen alle zusammen gegen dich. Oh, das wäre krank. Ja, was zu viel. Aber, kannst du den, den schrecklichen, ich ihm wiederbeleben? Äh, ja. Hallo. Also, ja, jetzt sperren wir uns da drinnen ein und dann verprügeln werde ich alle. Ich hab auch versehen, Aurelius wartet. Hoppala. Boah, what the fuck? Halb's mal, Alter. Ja, genug. Aua. Okay, ich lass es. Okay, ich lass die bereit. Schaut aus, würdest du einen imaginären Penis halten, ich ihm. Warte ganz kurz, bleib stehen, mich. Fightet, meine Kinder. Ich seh nichts. Könnt ihr damit aufhören, ich seh nichts. Die Scheiße, mein Schaden ist kaputt, ich tu mir einen neuen und ich geb mir mal weniger Leben. Sorry, jetzt hab ich nur noch 1.000. Ich seh nichts. Ich hab ihn getötet. Bekomm ich jetzt einen Keks, ich hab dem Last Hit gemacht. Das ist gemein. Ja. Wie, hab ich mich aber selber in die Luft gesprengt, bitte. Hallo. Was soll eure Belohnung sein? Ich wollte einen Keks haben und nicht einen Suizid. Okay, du kriegst einen Keks. Ganz viel Keks. Weißt du, was dieser Keks macht? Wenn du diesen Keks auf jemanden wirfst, dann tippet er sich zum S&P. Was, das gibt? Ja, aber nur bei Kohl? Es gibt auch normale Kohle, die macht das nicht. Ey, wie schluss da ein Keks? Digga, ich war S&P, digga, das ist so dumm. Ich war S&P und musste jetzt grad liefen. Äh, das ist das Gericht, du? Präsident, Präsident, Präsident. Wir haben dich als Geisel genommen. Du tust jetzt alles, was ich mir sage. Hä? Tu es! Werf auf ihn! Werf auf ihn! Ich bin nicht gut im Ziel! Viel Spaß, nur. Ich bin jetzt wieder Spectator. Ihr habt gewonnen. Ne, warte, warte. Gruß meinen Präsident dran! Untertitelung im Auftrag des Jots dressing. Nee, natürlich gäbe ich es in die�anstaltet.